Musik Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich Willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien und Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the next level adventures. Musik 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 Debit, das grüne Paradies im Norden von Armenien. Endlich wieder hier, es ist wie nach Hause kommen. Ja, ich bin einfach mit Tatt losgezogen und wir sind hier am Georgi Monastery vorbeigekommen und haben gesagt, na, da laufen wir mal runter in diese kleine Schlucht hinein. Das Grün ist einfach fantastisch, die Aussicht war auch gut, aber besonders war dieses verfallene alte Kloster und es war einfach wieder schön in der Natur zu sein, etwas unterwegs zu sein und ja, einfach die Seele baumeln zu lassen. Dafür ist Debit einfach richtig gut. Danke. 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 Tatt. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020